StattlohnInfo, die Delta Mike, Oskar Papamik, hallo. Mike Oskar Papamik, hallo. Die Delta Mike, Oskar Papamik, eine CL96 Star Position vor dem Hangar, eine Person für ein paar Platz von Mitte. Ich habe die Piste 1-1, QNH 1-1-8. QNH 1-0-1-8 und die Piste 1-1, die Rolle zu Piste 1-1, die Delta Papamik. QNH 1-1-8 und die Piste 1-1-8. WNH 1-1-8. WNH 1-0-1-8. WNH 1-8. Vielen Dank. Vielen Dank. Mike, Sieht in den Gegenausdruck. Mike. Die Autofahrt bei Mike ist abflugbereit am Ruhrhard bis zu 1.1 Rolle auf und Startauf bis zu 1.1. Mike, eine Maschine jetzt Richtung Finale. Das muss schnell gehen, oder? Ansonsten eben warten. Verstanden, ich mach ganz schnell. LONINFO, DELTA-ECO-ZENG, NOV. Schönen guten Tag. DELTA-ECO-ZENG, NOV. Schönen guten Tag. DELTA-ECO-ZENG, NOV. Schönen guten Tag. Rolle auf zu 1.1 für Lokal. Eine Person. DELTA-ECO-ZENG, NOV. Schönen guten Tag, KURNA-ECO-ZENG, NOV. Schönen guten Tag. Danke. DELTA-ECO-ZENG, NOV. Schönen guten Tag, dere call back. Nitzig in englisch, nitzig in rewind. DELTA-ECO-ZENG, NOV. Schönen guten Tag, DELTA-ECO-ZENG. Schönen guten Tag. Schnell, ich habe den Ecke. Ich habe den Ecke. Nein, ich habe den Ecke. Ich habe den Ecke. Okay. Ich habe den Ecke. Wir sind hier auf der Kino. Ich habe den Ecke. Die Deutsche Papamaii dreht ein in den Gegenanflug bis Steinstein. Die Ecke. Boah. Völlig rüber. Ein Rücken an den Gegenanflug. Die Ecke. Die Ecke. 0,1 B. ZXM, dreht ein Gegenanflug und Ficht Nummer 4. Da kommt der Punkt. Rücken an den Gegenanflug bis Steinstein. Die Deutsche Papamaii dreht ein in den Queranflug bis Steinstein. 1. Ich habe jetzt noch Luft. Nein, ich habe noch Luft. Danke, Rob. Schön, Teuer. Ja. Falsch. Versteht dann Nr. 3, Nr. 1 ist im Finale. Ja. D-1 und 3 in den Endanflug Riste 11. Da sind 5.1. Rund 1, 8 und 0 mit 19. Und die Assapapa dreht in den Querflug, 1.1 Nr. 3. Assapapa, Wohnwind, 1.8 Nr. 7. Ja, mein Voskapapa, wenn es dann geht, nach der Landung 1.4, links. Der 6.3, tritt in den Enderflug, geht sein Land. Der 6.3, tritt in den Enderflug, 1.1 Nr. 1 in Sicht. Der 6.3, tritt in den Enderflug, 1.1 Nr. 1 in Sicht. Der 6.3, tritt in den Enderflug, 1.1 Nr. 1 in Sicht. Hey YouTube, ich bin es, euer bester Freund und Kumpel Christian. Ich wollte mich kurz bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr viel Spaß damit habt. Und dass es hilft, an der einen oder anderen Stelle. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr den Like- oder auch Dislike-Button klickt. Schreibt mir eure Kommentare oder abonniert. Ich würde mich freuen. viel Spaß, bleibt gesund und wir sehen uns in der Luft. und wir sehen uns in der Luft. Tschüss, bleibt gesund und wir sehen uns in der Luft. Es ist ein wichtig, sich gut, schüfft. Und wir sehen uns in der Luft.